Perfekt, ich habe dir das beste Instagram-Bild hergeschickt. Das ist der Limmerseinn, super. Ich muss dort hin. Bist du schwindelfrei? Gute Schuhe? Klar, beides. Ja, dann los. Rett of Air. Ich bin heute bei der Hälfte, oder? Ohne Scheiss, es ist ziemlich anstrengend. Und es geht überall brutal runter, mein Freund. Ich wollte euch das so schnell zeigen, also es ist nichts für... weiss ich immer dem... für nicht schwindelfrei. Ja. Ja, aber wahnsinnig schön. Und hier fliegst du hin. Und nicht so gut. Ich komme langsam aber sicher an meine Grenze, es ist anstrengend wie am Ohren. Alles von einem Instagram-Bild, weil du mich kiesst fast. Wo müssen wir hin? Wir sind mit der Hälfte in Berner Stadt-Trainings. Ah. Die Freunde vom gepflegten Wandern. Was war das für ein Aufstieg? Nahtoderlebnis. Ich habe zittert am ganzen Körper, praktisch, aber es zurück hat es ja auch nicht gegeben. Wir sind schon viel zu weit gekommen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Der Reto Fair ist mir schon wieder davon gesprungen. Aber, wir sind nahe am Ziel. Gleich sind wir dort. Letzten Meter, wir haben es geschafft. Ohne Scheiss hätte ich nie gedacht, dass ich hier oben heil ankomme. Das war echt ein bisschen grenzwertig für mich. Ja, ist krass. Aber für diesen Ausblick und für diesen Insta-Spot hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Schau dir das an. Es ist einfach nur noch brutal. traf, den wir in der daí?